Hallo zusammen, wir fliegen heute von Frankfurt nach Miami mit der Boeing 747. Ja, wir haben Premium Economy gebucht und ich bin mal gespannt, ob sich das gelohnt hat. Aber das zeigen wir euch jetzt mal. Was? Was? 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 1 Und jetzt geht es weiter. Ja, wir sitzen jetzt hier in der Krimi und Economy und wir sitzen direkt am Notausgang. Das hat also den Vorteil, dass wir jetzt sehr viel Beidfreiheit haben. Ja, was gab es dabei? Ich habe hier noch so eine Decke, so eine Entspannungsdecke und hinter mir ist noch ein kleines Kissen. Genau. Das ist schon dabei. Ich habe zwar auch immer alles dabei, aber umso mehr, desto besser. Also wir finden den Platz cool hier, weil wir ohne Ende Beidfreiheit haben, aber der Stürr, der sagte, dass irgendwie der Platz nicht so beliebt ist hier, weil das direkt an der Toilette ist. Ja, das brauchen wir mal sehen. Also die Beidfreiheit ist wirklich genial. Also die Beidfreiheit ist wirklich egal. Ja. Also die Beidfreiheit ist wirklich egal. Ja. Also die Beidfreiheit ist wirklich egal. 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 Wow, ich denke, in beiden. So, 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 ich denke, in beiden. Untertitelung. BR 2018 Das war ja insgesamt jetzt ein sehr ruhiger Flug, fand ich. Wir sind immer noch im Landeanflug. Ja, aber die Landung filme ich ja noch besprochen gleich. Und ich nehm euch gerne noch mit. Ja, das ist ein Exiler-Verwacht, die wir aus dem Landeanflug steigen, wenn wir hier oben stehen. Das ist ein Exiler-Verwacht, die wir aus dem Landeanflug steigen. Ja, das ist ein Exiler-Verwacht. Ja, das ist ja noch eine Erwacht. Nein, das ist ein Exiler-Verwacht. Ich bin jetzt auf dem Landeanflug. Ja, es ist jetzt eine andere Erwacht. Ich kann auch noch sagen, Freundschaft ist jetzt nicht beraten, das habe ich halt noch nicht. Ich kann auch noch sagen, das ist eigentlich so die größte Mütze, die wir jetzt haben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir jetzt mal ausschreien. Ich muss jetzt nicht kurz, dass wir hier direkt hinten machen. Mach wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020